Hey! Stopp! Hey! Stopp! Sie haben viel auf deiner Dichtung. Ich dachte nicht mehr. Stopp! Stopp! Fuß auf Chris! Weiter so! Aber die haben den Klappern zu machen. Sieht ja gut aus. Sieht ja auch nicht. Warte, Fuß! Chris, nicht boxen! Fuß! Höchst du! Stopp! 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 Ich kann's noch weiter! Aus der Kampfläche Nr. 5 macht sich die Kategorie. Fertig, Gleichkontakt bis 12 Jahre, Jugendliche, Beutelung, und der Kampfläche Nr. 5 macht sich die Kategorie, und der Kampfläche Nr. 5 macht sich die Kategorie, und der Kampfläche Nr. 6, Kategorie 59, Gleichkontakt 8, 5... Schön, Nachderstengrüß! Kategorie 33 von 2 Jahre, plus 88 Kilogramm, bitte zur Siegerbehebung! Kategorie 33 von 2 Jahre, plus 88 zur Siegerbehebung! Ja, bleiben wir da! Fußgrüß! Dann haben wir ihn mit vom Kampfläche Mitteilkang, dann sind wir mit dem Kampfläche reingekommen. Dann hat es für einen Kampfläche,